Hörst du Geiter? Ich habe meine Geiter genommen? Nein, ja. Ja! Ja, ja. Ja, ja. Ja! Ja, ja. 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 7.14 Uhr 7.14 Uhr Morgen Schatz, wo hast du mein SSRI gepackt? Natürlich Weißt du, jetzt sind meine Jura drin? Geht's dir so zu dem Morgen? Ich hab schon gedacht, Sieg nicht weg zum Zahnbüschchen. Morgen, Florida, Gleiser und Zahnbüschchen. Ich kann mal, wenn du keine Idee hast. Geh gleich die Schale durch die Zahnbüschchen. Das sind so viele Geschäfte, da kannst du dich wegziehen. Ah ja, gute Idee. Nein, ja. Ja, die lecke ich dir schon an. Ja, aber es ist ja noch eine Woche bis zum Zahnbüschchen. Hey, schau mal, Homs. In der Armut ist ganz alleine. Wenn wir ihn holen. Was ist denn da gestanden? Nein, ich glaube. Hat einer ausgesetzt? Nein, der hat nur ausgesetzt. So. Kaffee machen. Das ist wirklich so. Du hast wirklich keine Socken auf die Fresse. Geht mir Angst und die Nerven direkt herunter. Nein. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. So. So. So, die ist. Vorancheschein gekommen. Ja.